Es sieht nach trockenen Bedingungen am Start aus. Unsere nächste Reise ist aufgestaltet und wir sind bereit fürs Rennen. Leider haben wir jetzt einen kleinen Zwischenstoff mit einer grümmenden Spurstange. Das muss man reparieren und weiter geht's. Wir setzen hier die neueste Generation Dexenreifen ein. Wir hatten also von Anfang an einen sehr harten Kampf mit den Klassenkonkurrenten. Ja, wir haben uns kurz vor 10, das Rennen wurde dann leider abgebrochen. Der Webel wird zu eng und anscheinend wird es nicht mehr sicher genug. Bei uns ist es sehr gut. Die nächsten Reifen haben wir jetzt auch in den Kälte-Temperaturen und den 4.060 mitgemacht. Die Temperatur hält sich sehr gut mit Reifen. Ja, wir hatten gerade den Meestand gehabt. Ja! 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 Ja!